Ich irre mich nicht, der ist's! Der Herr Marquis hält mich für einen anderen. Du wirst zu neun im Hitler-Mensch. Sie sind's, die Gestalt, die Stimme, die Farbe der Haare. Die roten Hagemaren betrübt Männer sehr, wem dumm, das dumm Mardum von jeder Couleur. Ein Peruken. Nichts als eine Kohlrabenschwarze Peruken. Absucht ein Pallotri, hofft Mardum, er ist geschleit und schiebt es aus, blieb ne Zurg, schiebt es aus Blei. Er ist nicht schwarz! Und er ist nicht blond! Was denkt der Herr Friseur? Er ist... rot! Wenn man glaubt, man hat das Blättchen, sieht er in sein Haus. Wusch, 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 in Augen mit meinem Fenster, wusch, zieht ihn aus. Man schmeichelt sich mit auf dem Kopf, zu Wasser wird, was man gehofft. Bei uns muss ich zu Wasser werden, das Glück hat's nicht so gern. So, wir gestorben. Gärtner, wenn das nenntausch ist, dann gehe ich runter. Wirklich flammenschwarze Peruken, und das Rot der Gründe. Bist Im, das Gebiet im Sitzel. Mardum, Untertitelung des ZDF, 2020